Schmied, Meier, Weber, Fuhrmann, ist der Sohn da? Ja, der ist oben in seinem Zimmer. Kommt doch rein! Hi, ist Klausel da? Ja, der ist oben. Dann gehen wir schon mal rauf, neue Stellungen ausprobieren. Ja, schön. Coole Location. Wo ist Klaus? Hier, Glein. Guten Tag. Hallo. Ist das die kleine Anna? Du hast aber einen lieben Hasen. Komm, ich zeig dir einen richtigen Hasen. Sehen Sie, was Ihr Kind sieht? Im wirklichen Leben würden Sie Ihr Kind schützen. Dann machen Sie es doch auch hier. Dann machen Sie es doch auch hier.